So Leute, jetzt im Test hier die Curves von EXPLODE. Das ist eine gekurvte Fontänen-Batterie, genau. Das wollte ich sagen. Kostet übrigens 12 Euro und wir haben hier eine NEM von 180 Gramm. Ja, und dann würde ich sagen, wir zünden das Teil mal und viel Spaß dabei. Es ist ein Vulkanfächer, habe ich mir sagen lassen. Das sieht cool aus. Aber warum machen die nicht einfach alle drei Kammern gleichzeitig? Ja, ja. Ja, also. Sieht aber schick aus. Und noch eine Kammer. Oh, nochmal alle. Schön. Boah, Mann. Boah, geil. Nice. Ey, das Ding ist richtig cool. Sehr schön. Tschüss. 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 mach, Nummer. Bis zum nächsten Mal.